Darf ich dir das mal zum Alten geben? Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißkuck im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern. Ich bin ein bisschen blöd. Du merkst es nicht, meine... Also, viel besser. Vom 9. bis zum 12. Mai stehen unsere Plattenspiele von der Analogmanufaktur Germany und unsere Verstärker und Boxen von der Wiederlautsprechermanufaktur in München auf der High-End-Fachmesse. Wir sind übrigens die Einzigen, die Ihren Schallplattenstank oder Haife-Möbel aus dem gleichen Baum schreinern können, wie Ihre Haife-Anlagen. Ab dem 14. Mai können Sie alles wieder bei uns in Untergrumbach selbst den Augenschein nehmen und vor allem anhören. Besuchen Sie im Erdgeschoss den Stand von der Analogmanufaktur Germany. Da stehen die Plattenspieler mit unserer Verkleidung und vor allem dem Schallplattenstank. Und im ersten Stock im Altrium finden Sie bei der Wiener Lautsprechermatur unsere Boxen und die Verstärker zusammen mit dem Plattenspieler von AMG und dort können Sie sogar anhören. Ansonsten, ab dem Dienstag können Sie auch wieder in Untergrumbach können Sie alles ausprobieren und anhören. Bis bald!